Musik Guten Tag, mein Name ist Julian Grimm. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen, hier bei uns in der Schreinerei Julian Grimm in Vellbach im schönen Remstal. Wir sind ein junges Unternehmen, sind seit drei Jahren am Markt, sind Mitglied der Schreinerinnung Remsmoor und selbst bin ich da auch tätig im Vorstand. Wir sind hier in Vellbach, haben wir einen Standort mit 900 Quadratmeter in der Produktion, sowie sechs Mitarbeitern, drei Lehrlinge vom ersten bis zum dritten Lehrjahr, sowie drei Gesellen. Von den Gesellen haben zwei hier selbst die Ausbildung absolviert. Einer davon wird dieses Jahr im Haus der Wirtschaft mit seinem Gesellenstück zu sehen sein, hat eine Lehrzeitverkürzung gemacht, sowie das Management im Handwerk absolviert. Sind wir natürlich als Ausbildungsbetrieb sehr stolz darauf, so jemand bei uns zu halten und auch ausgebildet zu haben, spricht natürlich auch einiges für unseren Betrieb. Wir sind sehr daran interessiert, Lehrlinge hier eigens auszubilden, die dann später auch zu übernehmen, dann wir das Know-how, das wir selbst haben, weitergeben können und hier die Qualität von unseren Möbeln, wir sind hauptsächlich im Möbelausbau tätig, in Ausbau Möbelbau, auf diesem Level zu halten. Da sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir auch Lehrlinge haben, die dann natürlich solche Qualifikationen mit sich bringen. Ja, wie schon gesagt, arbeiten wir hier auf 900 Quadratmeter mit nagelneu computergesteuerten Maschinen, haben momentan drei Lehrlinge in der Ausbildung, haben einen riesen Zulauf an Bewerbungen für neue Ausbildungsstellen, sind natürlich sehr froh darüber, dem Fachkräftemangel so entgegenzuwirken, sind sehr, sehr stolz auf unsere Lehrlinge und auch auf unsere Arbeit hier und ich glaube, am besten ist es, wenn Sie es einfach von Ihnen persönlich hören. Hallo, mein Name ist Emanuel Dubeck. Ich habe vor ziemlich genau drei Jahren hier meine Ausbildung in der Schreinerei Grimm begonnen und die dann dank der Lehrzeitverkürzung, bei der mich der Betrieb top unterstützt hat, auch frühzeitig und sehr erfolgreich abgeschlossen. Ich habe den Zusatz MIH, Management im Handwerk, gewählt, weil es einfach noch eine zusätzliche Qualifikation bringt. Ich bin auch sehr stolz, dass mein Gesellenstück jetzt bei der Gesellenstück-Ausstellung im Herbst im Haus der Wirtschaft ausgestellt werden soll und ich freue mich sehr auf alles, was da noch auf mich zukommt. Es ist sehr spannend, in so einem jungen Unternehmen zu arbeiten und die Ausbildung dort zu machen, weil man schon sehr früh viel Mitverantwortung trägt und auch sehr viel mitbestimmen kann. Und deswegen macht es auch einfach Spaß, in so einem jungen Team zu arbeiten und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, hier weiterhin zu arbeiten, auch nach erfolgreicher Ausbildung. Und es ist schön, jetzt die neuen Lehrlinge zu unterstützen, denen zu helfen und denen zu zeigen, wie es funktioniert. Und ich sehe auch hier in der Schreinerei mit der neuen Werkstatt für die Zukunft auch sehr viel Entwicklungspotenzial und es ist sehr cool, ein Teil der Schreinerei Julian Grimm zu sein. Hallo, mein Name ist Vincent, ich bin hier in der Schreinerei Julian Grimm, jetzt frisch im zweiten Lehrjahr und freue mich schon darauf, nach dem ersten Lehrjahr, das überwiegende in der Schule stattgefunden hat, mich im Betrieb voll einbringen zu können und meine gelernten Sachen hier auch anwenden zu dürfen. Ich mache die Ausbildung zum Schreiner mit dem Zusatzmanagement im Handwerk, wo ich neben der normalen Schreinertätigkeit auch CAD-CNC-Technik lerne, Computeranwendungen, BWL und Betriebsführung, wo das Abitur die Voraussetzung dafür ist und man einfach ein breiteres Spektrum hat, was sehr interessant ist. In der Schreinerei hier schätze ich sehr, dass man ein junges, dynamisches Team antrifft, das mich auch offen aufgenommen hat und ich schnell integriert wurde und mir auch schon im ersten Lehrjahr Verantwortung übertragen wurde, selbstständiges Arbeiten zugetraut wird und auch schon eine professionelle Unterweisung an Maschinen stattgefunden hat, was die Arbeit für mich dann sehr erleichtert. Unter anderem hatte ich die Chance, an der CNC-Fortbildung teilnehmen zu dürfen und auch hier schon an der Maschine kleinere Projekte zu realisieren, was natürlich sehr interessant ist mit Hinblick auf die Modernisierung und Digitalisierung im Handwerk. Die Ausbildung hier in der Schreinerei Julian Grimm zu machen, bereue ich rückblickend auf gar keinen Fall. Es macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf mein zweites anstehendes Lehrjahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.